So, das nenne ich mal Rennen um den Tod. Stellt doch bitte euren Claymore. Jetzt zeige ich euch, dass Pink Panther ein Superman ist. Oh, kacke. Oh, Mann. Sehr schön. So, da wir auch eine neue Runde anfangen, muss ich erstmal kurz... Entschuldigung. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Pink Panther und wir spielen heute Pink Panther Sagt Marathon. Und zwar werde ich mehrere Spiele hintereinander durchführen und werde daraus die Highlights zusammenschneiden, sodass es wirklich ein richtig schönes, langes Video gibt. Also auf Deutsch gesagt, ein Pink Panther Sagt Spielfilm. Und ja, was habe ich vergessen? Ich habe vergessen, mich offline zu schalten. Also machen wir das noch nachträglich. Kein Problem. So, dann fangen wir nochmal von vorne an. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Pink Panther und wir spielen heute Pink Panther Sagt Marathon. Und zwar werde ich mehrere Pink Panther Sagt zusammenschneiden, die Highlights daraus, und dann ein Spielfilm sozusagen erstellen. Die Regeln habe ich ja vorher schon erklärt. Und wir fangen direkt an. Pink Panther Sagt Setzt euch hin. Sehr schön. Und nach oben schauen. Ja, also Pink Panther Sagt ist dann halt schon der Befehl, ne? Wisst ihr ja, ne? Juti! Pink Panther Sagt nach oben schauen. Gut. Also, äh, jetzt wäre die richtige Haltung stehend und nach oben schauen. Deswegen sehe ich jetzt nochmal drüber hinweg. Aber Murphy, du guckst noch nicht mal nach oben und das ist definitiv tödlich. Ich habe nach oben geguckt. Nein. Und du hast, guck, sitzt immer noch, der sitzt auch noch. Auch noch. Aha. Jetzt geht's. Prima. Hey. Pink Panther Sagt, schaut mich an. Jut, Pink Panther Sagt, folgt mir. Lalalala. Trollalalalala. Verstehe ich jetzt nicht. Verstehst du nicht? Macht nix. Oh. Oh. Und der Steve dabei. Hey. Du Eierwohner. Das gibst du nicht. Beim letzten Mal hat's einen Auge erwischt. Geil. Juti! Der Letzte, der im Brunnen ist, stirbt. Der ist halt so dämlich, Leute. Ups. Pink Panther Sagt, geht in den Brunnen. Hinter dir. Hinter dir. Hier. Hier. Andere Seite. Hier. Der dir. Ich war auch drin. Achso. Oh. Ich verneige mich vor deiner Ehrlichkeit. Ja. Du erlangst Ruhm und Ehre. So, dann hinsetzen. Machen wir mal ein bisschen Suppe. Pink Panther Sagt, hinsetzen. Okay. Okay. Pink Panther Sagt, setzt eure Claymore. Ach, ihr habt ja gar keine. Entschuldigung. Ihr habt ja diese Eiergranaten, ne? Gut. Pink Panther Sagt, Wimmer, lass deine Granate sofort auf den Boden fallen. Und ihr müsst sie dann packen wieder rauswerfen. Los. Herf sie raus. Gut. Da hat einer eine Granate geworfen. Ja. Die nicht auch in den Boden war. Pink Panther Sagt, aufstehen und mitkommen. So. Pink Panther Sagt, stellt euch hier vor mir auf. In einer Reihe. Rü, die, rü, die, rü. In einer Reihe. Meine Güte. Ist das eine Reihe? Gut. Ich schieße mal jetzt rechts und links der Reihe entlang. Wenn ich dann einen treffe, dann ist er tot. Nein. Hintereinander. Eine Reihe. Hintereinander. Alter. So. Pink Panther Sagt, Tempest, wirf mal deine Granate durchs Fenster. Erschieß mich. Ach, ich... Ach, wie herrlich. Pink Panther Sagt, Wimmer, ach nee, du warst derjenige, den ich aufgefordert hab, ne? Ja. Da hast du jetzt Glück gehabt, dass ich da dran gedacht hab, ne? Stell dir mal vor. Stell dich mal bitte da in die Wand. Sehr schön. Pink Panther Sagt, stell dich da in die Wand. Wow. Gut. Respekt. Juh. Pink Panther Sagt, Squatch, schmeiß deine Granate durchs Fenster. Als ich die Granate zurückwerfen wollte, hab ich meine geworfen. Ja, tut mir leid. Das ist definitiv mir Latte. Jutti. Geiler Nico. Pink Panther Sagt, schmeiß deine Granate durchs Fenster. Sehr schön. Oh, sehr souverän. Oh, sehr souverän. Jutti. Dann folgt mir. Guck mal. Der geile Nico, der ist ja schon öfters dabei gewesen, Alter. Der zuckt nicht einen Millimeter. Pink Panther Sagt, folgt mir. Sehr geil. So. Pink Panther Sagt, stellt euch da hinten an die Wand. Ich werde dann gleich den Befehl geben und dann müsst ihr das Hühnchen töten. Derjenige, der es nicht tötet, der hat verloren, der stirbt. Ja. Ich zähle jetzt von fünf runter. Wenn ich bei der Null angekommen bin, dann rennt ihr los. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Richtig geil. Ja, Nico. Das habe ich fast erwartet, mein Freund. Herzlichen Glückwunsch. Hier, ich habe noch was für dich. Fang mal. Jetzt erwischen. Jutti. Vielen Dank fürs Mitmachen. Wie gesagt, da werde ich dann jetzt halt so die, äh... Fick-Schnitzel. Nice. Fick-Schnitzel. XD. Ein... Nices Fick-Schnitzel. XD. Pink Panther sagt, lasst mich fliegen. Oh, da sind ein paar draufgegangen. Der Röder. Ja. Runs down to hell. Ey, wie viel Kills hast du? Oh, mein Gott. Ich bin ein bisschen einig. Meine Jürgen hat das Pantherrohr getroffen und ist vorher hochgegangen. Das nennt man mal ins Nirvana geschossen. So, die zweite Runde beginnt. Hallihallöchen. Fangen wir mal gleich damit an. Pink Panther sagt, setzt euch hin und dreht euch um. Alter, das sieht aus hier. Juti, Pink Panther fragt, runs down for hell oder sowas. Hast du eine Kappe auf oder hast du keine auf? Ich hab eine Kappe auf. Sehr schön. Pink Panther fragt, the fall. Hast du eine Kappe auf oder hast du keine auf? Ich habe eine Kappe auf. Sehr schön. Mr. Candyman, hast du eine Kappe auf oder hast du keine auf? Ich habe eine Kappe auf. Nein, hast du nicht. Pink Panther fragt, Pikachu, hast du eine Kappe auf oder hast du keine auf? Ich hab eine Kappe auf. Ja, und der Ramox. Pink Panther fragt, hast du eine Kappe auf oder hast du keine auf? Ich hab eine auf. Nein. Pink Panther fragt, Glybnoops, hast du eine Kappe auf oder hast du keine auf? Ich hab eine auf. Nein, du hast keine auf. Pink Panther fragt, Chini, hast du eine Kappe auf oder hast du keine auf? Ich hab keine auf. Richtig. Der Panther fragt, Metsu, hast du eine Kappe auf oder hast du keine auf? Ich habe keine auf. Nein, du hast auch keine auf. Und Pioneer, hast du eine Kappe auf oder hast du keine auf? Ich habe eine auf. Du hast eine auf. Du stirbst jetzt zweimal. Einmal habe ich nicht Pink Panther gesagt und zum anderen hast du keine auf. Pink Panther fragt, der Röder, hast du eine Kappe auf oder hast du keine auf? Ich habe eine Kappe auf. Richtig. Und der Maritza, hast du eine Kappe auf? Ich habe eine Kappe auf. Das stimmt, aber du bist trotzdem tot. Weißt du warum? Ja, du hast nicht Pink Panther gesagt. Richtig, that true. Pink Panther fragt, hast du eine Kappe auf oder hast du keine auf? Ich habe eine Kappe auf. Richtig. Pink Panther fragt, Elite Rush, hast du eine Kappe auf oder hast du keine auf? Ich habe eine Kappe auf. Richtig. Coolrumsum, hast du eine Kappe auf oder hast du keine auf? Pink Panther fragt, Coolism, hast du eine Kappe auf oder hast du keine auf? Jetzt hat er keine mehr auf. Pink Panther fragt, Headshot, hast du eine Kappe auf oder hast du keine auf? Nein, hab keine auf. Hast keine auf, richtig. Er hat's geschrieben, ja. Du musst schon sprechen. Steve Pitty? Hast du ne Kappe auf? Ja. Du hast ne Kappe auf? Ja. Warte mal, ich erschieße dich einmal, weil ich nicht Pink Panther gesagt hab. Dann erschieße ich dich noch einmal, weil du keine Kappe auf hast. Und dann erschieße ich dich nochmal, weil's so schön ist. Sehr schön. Juti, dann aufsteh mich anschauen. Pikachu, guck dich mal um. Siehst du irgendjemanden stehen? Nein. Super. Pink Panther sagt, aufstehen, mitkommen. Lali-lali-lali-lu. Und mein Freund, das bist doch du. Ich hab's gehört. Juti, Pink Panther sagt, stellt euch hier hinten an den Zaun auf, Zaun auf. Da brennt das Fass, das Frühjahr. Ja, Mensch, ein bisschen Feuer. Ihr sollt euch an den Zaun aufstellen. Los, rücken an den Zaun. Oh, haben wir keinen Stoff. Alten Schisser ist hier. Juti, Pink Panther sagt, der Letzte, der oben auf der Treppe ist, stirbt. Treppe? Leiter. Hör auf, mich zu blocken. Ich sterben. Doch, Schini, Schini ist schon gestorben. Sehr schön. Warum mockst du eigentlich nicht, Joshua? Hast du überhaupt Pink Panther gesagt? Ja, hab ich gesagt. Und der Röder. Juti, Pink Panther sagt, setzt euch hin. So, der Letzte, der unten ist, ist tot. Ja, lass den Jungen doch mal vorbei. Ich will nicht, ich will nicht. Ich will nicht, ich will nicht. Das bin ich nicht. Na gut, der Letzte, der unten ist, stirbt. Pink Panther sagt, der Letzte, der unten ist, der stirbt. Da hab ich ihn doch. So, genau. Hinsetzen, das ist eine Lösung. Pink Panther sagt, hinsetzen. Ich hab da so einen pinken Panther vor mir stehen. Ja, du bist jetzt tot. Warum? Richtig, ich hab gesagt, Pink Panther sagt, hinsetzen, wenn du dir zuhörst, dein Problem. Pink Panther sagt, stellt euch in einem Dreieck auf. Das Todesdreieck. Das Dreieck des Todes, Pink Panther sagt. Also, ich will jetzt das Dreieck des Todes machen, ne? Aber, warum hast du die Sekundärwaffe in der Hand? Hast du jetzt mal Glück? Juti, ja? Wer will mich das fragen? Ach, du bist schon tot, leider. Juti, alles klar. Denn, Pink Panther sagt, schau deinen rechten Partner an. So, Pink Panther sagt, das Gesetz des Todes. Wer als erstes schießt, könnte aber auch der letzte sein. Auf geht's. Pink Panther sagt, schieß. Oh, du hast Glück. Wir hatten alle daneben geschossen. Was ein Fail. Ich freu mich zu. Okay, Pink Panther sagt, stellt euch in die Mitte, Rücken an Rücken. Das ist aber nicht Rücken an Rücken, Leute. So. Oh Gott, Alter. Gleich erschieß ich euch weiter einfach. Habt ihr das jetzt? Sehr schön. Juti, ich werde gleich runterzählen. Von der Drei bis auf die Eins. Wenn ich die Eins nenne, dreht ihr euch um und schießt. Ihr geht aber bitte pro Zahl einen Schritt nach vorne. Drei. Zwei. Eins. Er hat zweimal geschossen. Äh, Mezu? Mezu? Ja? Alles Gute. Du hast wirklich super gewonnen, weil ich hab kein Pink Panther gesagt. Hehehe. Nein. Ja. Bis gleich in der nächsten Runde. Juhu. Ah, von den Armen rein, Armen. Aber wie oft ihr, also wie oft die Leute darauf reinfallen, wenn es beim Duell ist, dann sind die so aufgeregt, so? Hehehe. Fickerig. Ja. Das nennt man Speed-Chillen. Können die auch zwei auf einmal chillen? Nee, das geht nicht. Ach, das dauert viel zu lange. Hahaha, Gott. Ewig noch. Nein, du lebst nicht mehr. Ich hab's alle erschossen. So, unsere dritte Runde. Und wir sind wieder im Römischen Reich. Ja, fangen wir gleich an. Pink Panther sagt, schaut nach oben. Jawoll. So sieht's aus. Ja, einige sind nicht ganz richtig oben, gucken nicht richtig nach oben. Na, geht noch ein bisschen mehr, Hunter. Sehr schön. Denn es könnte ja passieren, dass euch ein Flugzeug auf dem Kopf fällt. Prima. Dann setzen wir uns hin. Hinsetzen. Okay. Diesmal fall ich nicht drauf rein. Juti. Pink Panther sagt, such dir einen Partner. Hey, Krusty. Hier komm ich. Ja, äh, Kuba. Ähm, Darus. Ähm, Darus. Ähm, Darus. Komm, Darus. Komm, Darus. Pink Panther sagt, Darus, komm, stell dich mal bitte hier vorne hin. Nie. So, weil ich euch gerade alle getötet habe. Prima. Pink Panther sagt, äh, wechsel auf Sekundärwaffe. Der eine guckt immer noch nach oben. Ich weiß, deswegen ist er ja tot. Der ist ja auch tot. Äh, äh, Febrr, Febrr, du hast keinen Partner. Darus, komm, such dir deinen Partner da. Auf geht's. Pink Panther sagt, Daraus, komm, such dir deinen Partner. Eigentlich wären wir ja alle tot. Oh, warum sind wir alle tot? Äh, das war doch mit dem Befehl aufheben. Wir gucken uns ja alle noch gegenseitig an. Oh, cool. Desiree? Irgendjemand hat mich umgebracht. Ja, ich weiß. Desiree? Ja. Warum schießt du? Meine Hände zittern so, da bin ich so auf die rechte, äh, linke Maustaste gekommen. Ah, warte mal, mein linker Daumen zittert auch gerade. Juti. Perfekt. Pink Panther sagt, schieß. Oh. Boah. Du bist ein Kamel, Alter. Der hat alle weggerotzt. Und der hat sogar hinten. Ich hab nur gehört, Pink Panther schieb. Aber dein Name ist doch Kamel, also ist doch alles in Ordnung. Juti. Prima. Pink Panther sagt, stellt euch mit dem Rücken an die Wand. Juti. So, machen wir mal einen kleinen Stellungswechsel. Kommt mal mit. Nee, Pink Panther sagt, folgt mir. Wie viele sind jetzt eigentlich noch nicht richtig? Ihr habt Wurfmesser drinnen, ne? Wurfmesser habt ihr, ne? Ja, Wurfmesser habt ihr. Wunderschön. Ist doch assi, der Tipp hat mich erschossen. Ja, ne? So. Pink Panther sagt, stellt euch da hinten an die Wand. So, wie die, 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 so. Das Kamel. Pink Panther sagt, das Kamel, stell dich bitte hier vor, das, vor die Hütte. Ich schmeiß jetzt hier mein Messer hin. Und du musst jetzt deins da in die Nähe werfen. Wo ist das? Das ist der oberste Punkt. Ich seh den nicht ganz. Ja, der oberste Punkt. So, dann werf mal. Ja. Okay. Pink Panther sagt, der nächste. Soll ich weggehen? Trusty? Ja. Pink Panther sagt, Trusty, komm. Komm, wirf dein Messer. Okay. Da war meins besser. Ja. Pink Panther sagt, der nächste. Wambo, komm, wirf dein Messer. Eins, meins war das oberste. Ja, da war meins. Meins war das beste. Der als erstes geworfen hat, hat er es geworfen. Danke. Uh. So, der, der, das unterste Messer, das war der, Krusty, glaub ich. Pink Panther sagt, Krusty, komm, hol mal dein Messer. Ah, tatsächlich. Seh ich hin. Prima. Dann sagt Pink Panther, stellt euch bitte hier hin. Rücken an Rücken. UL. Okay. Ja, genau. So. Pink Panther sagt, bei jeder Zahl, die ich sage, geht ihr einen Schritt nach vorne. Wenn ich die Zahl 3 sage, werft ihr euer Messer oder ihr tötet den anderen. Wurscht. Pink Panther sagt, ihr tötet den anderen. Also, bei der Zahl, was war das, 3, ne? Mhm. Jutty. Zwei. Pink Panther sagt zwei. Pink Panther sagt zwei. Alter. Ja, machen wir es einfach so. So ein bisschen. Beauty, Kamil, du hast gewonnen. Das ist das erste Mal. Dankeschön. Ja, du hast, ich habe gesagt, zwei. Du gehst keinen Schritt nach vorne, drehst dich um und versuchst ihn zu töten. Entschuldigung. Komm, Kamil, machen wir beide das nochmal. Rücken an Rücken. Aber du kannst ja, dann weißt du ja, wann du drei sagst. Ach so, gut. Ja, dann machen wir das so, dass das jemand anderes macht. So, ich mal? Dreh ich um. Ich melde mich freiwillig. Ja. Ähm, der Darus macht das. Okay. Pink Panther sagt zwei. Vater sagt drei. Nein! Du hast doch bestimmt schon umgerät. Nein! Nein! Ich war klar, weil du mich eben auch noch angeguckt hast, was du gesagt hast. Eiermesser. Genau in die Ritze. Jetzt lässt die Verstopfung. Jutty! Dann nächste Runde. Jutty! So, meine Damen und Herren. Heute kommt im Fernsehen das fliegende Auto. Wow! Uh! Einige echt weit geflogen. Die Motorhaube ging gut ab. Ja, die haben wir durch den Tempo-Boost bekommen. Ja, die sind immer. So! Na dann, fangen wir an. Pink Panther sagt. Hinsetzen. Pink Panther sagt. Nach oben schauen. Drei haben es gerafft. Vier. Vier. Fünf. Ich warte noch drei Sekunden. Der hat sich schon umgedreht. Das gibt definitiv einen Tod. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Zwei. 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 Warum denn? Massen sterben, alter. Jutti. Pink Panther sagt mitkommen. Warum sind wir nicht grad gestorben? Warum sind wir grad gestorben? Weil ich einfach bock dazu. Nein, weil ich bock dazu hatte. Ach so. Wie wir da längst samplen, das müsste man auch mal sehen, ey. Ey, Leute, wir sind die, wir sagten alle Pink Panther. So, jetzt, jetzt passiert's, jetzt passiert's, jetzt passiert's. Oh nein, jetzt sind die. Sehr schön. Wenn kein Platz ist, musst du sagen, dann kill ich einen. Äh, hier, also, nicht ganz. So, wir fangen an mit der RPG dann. So, äh, Maribu, Pink Panther sagt, stell dich hier bitte vor die Kisten. Pink Panther sagt, schieß bitte da oben rein. So, dann lass mich mal bitte durch. Pink Panther sagt, geh ein Stück zur Seite. Äh, so fett bin ich jetzt auch nicht. Okay, ich kann von hier aus wunderbar sehen, ob du reinschießen kannst. Pink Panther sagt, schieß mit deiner RPG oben in das erste Fenster, wo ich eben reingeschossen hab. Sehr schön. So, Pink Panther sagt, stell dich dann bitte da auf. Da. Wo? Da. Alles klar. Da. Oh, das war knapp. So, ähm, der nächste ist der Blue Direct. Komm, stell dich hier vorne auf. Pink Panther sagt, stell dich hier vorne auf. Schieß mit deiner RPG oben rein. Pink Panther sagt, schieß mit deiner RPG oben ins Fenster. Sehr schön. Dann rüberstellen. Pink Panther sagt, stell dich drüben hin. Der nächste bitte. Pink Panther sagt, der nächste bitte. Pink Panther sagt, schieß mit deiner RPG oben rein. Du hast doch gerade nur Panther gesagt. Nein, ich hab gesagt, Pink Panther sagt, schieß mit deiner RPG oben ins Fenster. Gut, Pink Panther sagt, stell dich drüben hin. Pink Panther sagt, der nächste bitte. Pink Panther sagt, schieß mit deiner RPG oben rein. Ja, aber auch noch Panther verschen. Sehr schön. Pink Panther sagt, der nächste bitte. Und du stellst dich bitte. Ja, genau. Los. Und zack. Pink Panther sagt, schieß mit deiner RPG oben rein. Sehr schön. Pink Panther sagt, zur Seite. Pink Panther sagt, der nächste bitte. Pink Panther sagt, schieß mit deiner RPG oben rein. Gut, Pink Panther sagt, der Nächste bitte. So, schieß mit deiner RPG oben rein. Pink Panther sagt, schieß mit deiner RPG oben rein. Wow, prima. Okay, dann folgt mir. Die alle abgehen. Pink Panther sagt, folgt mir. Was war denn das? Jungen, jemand hat er mit der RPG geschossen. Nein, das war ein Auto, das explodiert ist. Jules, Pink Panther sagt, stellt euch bitte jetzt hier vor mir in einer Reihe auf. Äh, wo, lol, davon ist das Rad. So, wenn ich jetzt sage, Pink Panther sagt der Nächste bitte, dann geht ihr bitte jedes Mal der Nächste hier vorne an diese Linie, schießt dann bitte dahinten, ich schieße jetzt mal aus der Entfernung dahinten, da in das Fenster rein. Ja, und danach stellt ihr euch bitte da an dieser Wand auf. Also diese komplette Ausführung. Jules, Pink Panther sagt, schieß und stelle ich dann da hinten auf. Gut, Pink Panther sagt, der Nächste bitte. Ja, Pink Panther sagt, der Nächste bitte. Willst du nicht noch weiter nach vorne gehen? Bitte ihn. Nein. Was sagt denn mein Gewissen? Das ist heute leider gar nicht da. Ich bin mein Gewissen, bitte ihn. Nein, 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 nein. Na gut, dann stelle ich da hinten auf, was du noch mal Glück gehabt hast. So, der Nächste. Pink Panther sagt, der Nächste bitte. Ja, du verschluckst das Pink immer. Pink Panther sagt, der Nächste bitte. Ah. Oh, das war knapp. Pink Panther sagt, der Nächste bitte. Juti, Pink Panther sagt, der Nächste bitte. Bitte. Äh. Oh, ein Schuss. Wow, Pink Panther sagt, der Nächste bitte. Das war auch arschknapp. Das ist richtig knapp gewesen. Irgendwann muss doch mal wieder einer sterben. Wow. Alles drin. Gut, dann machen wir das anders. Pink Panther sagt, sucht euch einen Partner. Oh, Zulus, danke. Das erste Mal. Rot und blau. Ich hab Xerixson. Juti, Pink Panther sagt, Walnuss, stell dich bitte da an die Wand. Welche? Pink Panther sagt, Mr. Melo, da drüben an die Wand. Und Pink Panther sagt, Xerixson, bitte drüben an die Wand. Die Auserwählten. Gut. Die vier Leute, die jetzt auf der anderen Seite stehen. Pink Panther sagt, schieß. Gut. Pink Panther sagt, die anderen zwei, die jetzt da stehen. Äh, stellen sich bitte voreinander. Kommt. Seid für ein D-D-Duell. Pink Panther sagt. Ich war gemeint, das hab ich gar nicht mitbekommen, dass ich gemeint war. Pink Panther sagt, Red Pepper Gaming und Mayribo Disc. Dieser Befehl gilt nur für euch. Pink Panther sagt. Messer. Okay. Pink Panther sagt, Mayribo, stell dich da an die Wand. Pink Panther sagt, sucht euch einen Partner. Schieß. Wow. Oh, das wär böse gewesen. Respekt. Jutti, Pink Panther sagt, folgt mir. Und? Bitte da hoch. Pink Panther sagt, stellt euch da an die Wand. Kino sein, bitte nicht so weit. So. Pink Panther sagt, der letzte, der oben ist, der stirbt. Bitte Mayribo. Gut, Pink Panther sagt, der letzte, der unten ist, der stirbt. Oh, bin wieder der. Was? Ja. Du bist gerade eben schon... So. Pink Panther sagt, der letzte, der oben ist, der stirbt. Nein. Ach, das tut mir leid, ich hab alle erwischt. Das war gemein. Aus Versehen getroffen. Ja, ganz aus Versehen, tut mir leid. Ein Stern, siehst du, ich bin... Ja, und wieder ein Stern. Aber die haben definitiv Sterne gesehen. Ähm. Japp. Mahlzeit. Jetzt haben wir die nächste Runde. Und wir haben vorhin unsere Klassen eingestellt. Und es müsste eigentlich jeder ein fettes MG dabei haben. Aber Mr. Bitchlike hat keins. Schön. Und der Dr. Kuhn hat auch keins. Sie können jetzt mal darüber nachdenken. Ach nee, nachdenken geht nicht mehr, weil der Kopf jetzt matschig ist. Von daher. Prima, dann setzt euch mal bitte hin und schaut nach oben. Will keiner? Pink Panther sagt, hinsetzen. Pink Panther sagt, dreht euch um und hinsetzen. Nochmal bei. Pink Panther sagt, umdrehen und hinsetzen. Ja. Sehr schön. So, einige von euch haben einen Helm mit einem Visier. Also mit einem wirklich, äh, fetten, fetten Visier. Und manche haben einfach nur einen Helm auf. Und deswegen frage ich euch jetzt. Delta, Pink Panther fragt, hast du ein Visier auf dem Kopf? Oh Gott, ähm, ja. Sehr schön. Pink Panther fragt, wer mit Gewehr, hast du ein Visier auf dem Kopf? Nein. Richtig. Manche von euch haben sogar noch hinten eine Gasmaske, manche aber nicht. Manche haben auch einfach nur einen Rucksack. Pink Panther fragt, Entschuldigung, Talik. Hast du hinten eine Gasmaske oder einen Rucksack? Gasmaske? Ja. Ja. Pink Panther fragt, Gesichtswurst, hast du ein Visier? Ja. Nein. Pfeife. Pink Panther fragt, Skilex, hast du einen Rucksack oder eine Gasmaske? Rucksack. Nein. Pink Panther fragt, Blüderweg, hast du einen Rucksack oder eine Gasmaske? Rucksack? Nein. Pink Panther fragt, Irene, hast du ein Visier oder hast du keins? Ich hab keinen. Richtig. Pink Panther fragt, Pioneer, hast du ein Visier? Nein. Doch. Pink Panther fragt, Walnuss, hast du ein Visier? Nein. Doch. Pink Panther fragt, Tempest, hast du einen Rucksack? Ja. Nein. Pink Panther fragt, Facephysik, hast du einen Rucksack? Hm? Was? Ich? Ja, du. Ähm, ja. Nein. Nein. Mein Gott. Oh, wir haben ganz schön ausgedünnt. Oh, wer denn da ist? Guck mal, da hat einer sein MG in die Mauer gesteckt. Oh, nicht schlecht. Geil. Juti, dann aufsteh mich anschauen. Pink Panther sagt, schaut nach oben. Aha. Sehr schön. Oh mein Gott, eine Runde. Prima. Pink Panther sagt, mitkommen. Mitkommen, mitkommen, mitkommen. Kommt. Pink Panther sagt, mitkommen. Hier bin ich. Kommt, auf, Kinders. Kommt. Sind wir jetzt mal so zu zweit, oder was? Ja. Die anderen, die anderen wollten alle sterben. Ach, süß. Diese Fragen. Freut mich noch gar nicht, was uns aufgedrängt hat. Pink Panther sagt, geht bitte da rein. Ohne Bräse. So, Pink Panther sagt, ihr dürft jetzt nicht hier die Treppe hochgehen, sondern ihr müsst wirklich hier in diesem weißen Feld bleiben. Und wenn ich das gleich sage, müsst ihr da ganz wild drumherum laufen. Rumlaufen. Ja, ganz wild. Pink Panther sagt, lauft ganz wild rum, rum. Lauft, lauft, Kinders. Lauft. Lauft. Oh. Boah, haben sie Glück gehabt, ey. Krasse Scheiße. Das wird knapp, das wird knapp. Gut, Pink Panther sagt, werft eure Rauchgranate auf den Boden. Pink Panther sagt, lauft ganz wild rum, rum. Lauft. Lauft. Wow, jetzt habe ich eine gewischt, okay. Judi. So, wir beide machen auf jeden Fall noch Messer werfen. Hast du noch ein Messer dabei? Nein. Willst du meins haben? Das ist eine schnelle Runde. Das ging ja doch nicht. Willst du meins haben? Da hast du meins, hier. Vielleicht eine Minute. Judi, nächste Runde. Hallo, meine Fahrgäste. Im Bus des Todes. Ganz ruhig bleiben. Nein, ihr braucht keine Angst haben. Es passiert nichts. Ja, wir kommen zur nächsten Runde und ja, wir machen eine feine Busfahrt. Schaukelt ein bisschen. Prima. So, dann fangen wir an. Der Letzte, der im Bus ist, der stirbt. Oh, geil. Ich kann mich nicht bewegen. Trottel. Wieso bewegen die sich jetzt alle? Trottel. Trottel. Oh, mein Gott. Ah, voll reingefallen. So, prima. Pink Panther sagt, die Letzten, die im Bus sind, werden sterben. Drei. Ich bin gelähmt. Zwei. Eins. Eins. Schreckes Glückwunsch. Ich habe Glück gehabt, dass ich durchgeschossen habe. Hey, das wird nicht. I'm a survivor. Kartoffel. Kartoffel. Jetzt hast du es geschafft. Judi, Pink Panther sagt, folgt mir. Seine Kartoffeln haben ihm Kraft verliehen. Pink Panther sagt, stellt euch mit dem Gesicht zur Wand. Schulter an Schulter, Gesicht zur Wand. Pink Panther sagt, zur Wand schauen und hinhocken. Was? Das ist jetzt Glück gehabt. Na, der hat es auf jeden Fall nicht verstanden. Sehr schön. Jetzt wollen wir mal gucken, was bei euch so unterschiedlich ist. Und zwar die Waffen. Ja? Pioneer, Pink Panther fragt, welche Farbe hat die Waffe vom Talik? Talik, Talik, Talik. Das weiß ich. Ruhe. Ich will nur den Talik, äh, den Pioneer hören. Talik hat... Rot. Drei, zwei, eins. Was? Rot? Rot. Rate mal. Nein. Nee. So schön. Prima. Pink Panther fragt den... G-Tree-Viel-Noobs. Welche Farbe hat der Silly-Silly-Silly-19? Ähm, Kau. Richtig. Pink Panther fragt Talik, welche Farbe hat der Psycho-For-You? Blau. Jo. Pink Panther fragt Blue Direct, welche Farbe hat der Soccer-Killer? Blau. Nee. Blue Direct, du, dich hatte ich gefragt, ne? Nein. Nein. Der hat Rot. Pink Panther fragt Psycho-For-You. Welche Farbe hat die Waffe von demjenigen, die ich gerade erschossen hab? Äh, achso, rot. Ja. Ja. Pink Panther fragt Casey, welche Farbe hat der Psycho-For-You? Äh, rot. Nein. Blau. Pink Panther fragt Soccer-Killer, welche Farbe hat der Talik? Blau. Oh, gut aufgepasst. Und, äh, Silly, Pink Panther fragt, welche Farbe hat der Soccer-Killer? Blau mit Blau. Nein, der hat eben schon Rot gehabt. Oh. Oh mein Gott, die sind schon weg. Beauty, aufstehen und mich anschauen. Auch nicht. Gut. Dann sucht euch mal bitte einen Partner. Na, ich hab's gesehen. Hehehe. Pink Panther sagt, bildet das Todes-Dreieck. Und zwar hier. Eigentlich müsste ich dich jetzt erschießen. Ups, aber egal. Beauty, Pink Panther sagt, schaut den linken Partner von euch an. Ja, Pink Panther sagt, wählt bitte den Granatwerfer aus. Oh Gott. Jetzt kommt ein Shout-On. Oh. Pink Panther sagt, wer zuerst schießt, könnte eventuell auch sterben. Also ihr habt jetzt die Schussfreigabe. Boom. Hey. Keine Ausschuss. Ich weiß nicht. Oder hinwegin? Keine Ahnung. Also ich fang jetzt an runter zu zählen, dann fang ich an, die Leute zu erschießen. Drei. Zwei. Ja. Dann sauer. Psycho Voyo. Du, komm, wir machen jetzt hier ein Dinges-Duell. Warte. Gucken, hat der noch? Ja, er hat noch. Hast du auch noch? Ja. Fampa, ja? Gut, dann lauf mal bitte da hinten hier auf die Straße. Also die lange gerade hier. Guck mal bitte hier bei mir. Hallo, Psycho? Pink Panther, sag. Was sagt ihr? Jetzt du musst Pink Panther, sag. Muss ich das? Echt? Pink Panther hat immer recht. Na gut, okay. Psycho Voyo, Pink Panther sagt, laufe bitte hinten aus. Die Straße bis hinten, da hinten aus. Ja, genau. Noch weiter, weiter, weiter. Danke. Ich wusste. Ich auch. Ach, da ist er gewesen. Wow. Bam, alter Hedgehog. Hast du gesehen? Geil, wa? Wie ich geflogen bin. Hm. Oh, okay. Alle bitte nach vorne schauen, Klassenfoto. Ding blicken. Ja, und der Blitz ist auch schon da. Klar. Cool. Ich will dann überlegen. Klassenfoto mit Blitz. Guck. Blitz. Dann sterben wir noch mit Klassenfoto. Ah. Das Universum. Aber das Foto ist auf jeden Fall da. Direkt neben mir. Ah. Ja, kommt mal hierher. So weit weg. Wer hat er mir gespawnt? Wer war das? Sahne gehabt. Der Ayn hat schon seine Granate wegbestimmt. So, da kommt mal bitte alle direkt zu mir. Alle direkt ganz eng zu mir. Kommt, alles zu mir. Kommt, meine Kinderchen. Kommt, ganz alle zu mir. Kommt. Fehlt noch jemand? Ja, kommt dann. Ja, dann komm. Muss man sich ducken? Ja. Und ganz leise sein. Ganz leise sein. Ducken und ganz leise sein. Aufsparty. Ja? Damit ihr die Schreie hört, wenn ihr sterbt. Ach. Ach. Oh, ich hab gewonnen. Ich hätte das gedacht. Vielleicht hätt's gedacht. Unerwartet. So, die nächste Runde. Pink Panther hat gesagt, Sekundärwaffe und mich anschauen. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Mal gucken. Ja, der Rest passt. Fast. Was? So, ja. Ist das eine Sekundärwaffe, deine MP7? Du hast aber nicht Pink Panther gesagt. Doch, ich hab eben gesagt. Pink Panther sagt, ihr schaut mich an und die Sekundärwaffe. Sonst hätten ja nicht alle Sekundärwaffe in der Hand. Sagst du Pink Panther? Ja, doch, das ist der Pink Panther. Richtig. Ui. Prima. So, dann stellt ihr euch bitte jetzt in Dreiergruppen hier vor mir auf. Drei Leute nebeneinander. Pink Panther sagt. Geht bitte in Dreiergruppen hier vorne vor mich hin. In Dreiergruppen. Vor mich in Dreiergruppen. Ich muss jetzt mal gucken, wie die sich einteilen hier. Einfach nur neben, vor mich stellen, vor mich hinstellen. In Dreierreihen. Reihe 3. Drei Leute in einer Reihe vor mir. Und dann dahinter wieder drei Leute. Und dann dahinter wieder drei Leute. Und dahinter wieder drei Leute. Und dahinter wieder drei Leute. Steht jemand neben dir? Ja. Ah ja, dann stirbt er. Er ist gerade weggelaufen. Ah ja. So, dann bleiben bitte jetzt alle stehen. Mal gucken, ob es passt. Drei. Drei. Was ist mit dir hier, Invisible? Hast du da irgendwie einen neben dir oder so? Komm, stell dich mal da hier neben die anderen zwei. Da hin. So. Ja. Ich dachte, es wird ja schlafen. Habe ich auch erst gedacht. Aber ich konnte mich gerade noch so zurückhalten. So. Das ist jetzt hier die erste Gruppe. Dann die zweite, die dritte, die vierte und die fünfte. Ich gehe jetzt nach hinten hin. Ich werde gleich schießen. Ihr drückt alle dann Escape. Und dann kommt hier, kommt die erste Gruppe dann zu mir, wenn ich es sage. Okay. So. Hier bin ich. Und das ist der Todesböppel. Pink Panther, sag, kommt zu mir und springt auf die drei Bubbles vor mir. Die erste Gruppe wohl bemerkt nur. Oh Gott. Die erste Gruppe habe ich eben gesagt. Alles andere, was da noch kommt, stirbt. So, dann los. Dann geht mal bitte auf die Bubbles. Na, komm. Ja. Du hast den Todesböppel gewählt. Beauty. Pink Panther sagt, ihr beiden stellt euch bitte jetzt da hinten hin. So. Pink Panther sagt, der nächste Trupp bitte zu mir. Was läuft der? Willkommen. Kinder, es kommt. Wir sind nicht zwei. Pink Panther sagt, der nächste Dreier-Trupp bitte zu mir. Bitte du. Was ist? Racer und Invisible. Ich bin ja unterwegs. So, und dann bitte wieder auf die Bubbles stellen hier. Irgendwie fehlt da einer. Danach muss ich schon Kartoffeln. Hier rum. Ja. Nu komm, stell dich mal auf den Bubble da. Ich komm nicht raus. Wo ist der Dritte? Der steht hier. Wer ist denn der Dritte? Ich glaube, der ist Kartoffeln. Gut, ich zähle runter. Dann müsst ihr auf dem Bubble sein. Drei, zwei, eins. Ich bin erst in der Nächsten. Ich bin hier über der Nächsten. Das war der Todesbubble. Lütti, Pink Panther sagt, stell dich da hinten bei die anderen beiden. Pink Panther sagt, die nächsten drei bitte. Hallo. Soll ich ihn erschießen? Alter, rauf. Eins, zwei, drei, vier. Kommt, stellt euch auf die Bubbles. Kommt auf, auf. Rauf auf die Bubbles. Rauf auf die Bubbles. Wir sind fünf Leute. Ja. Der wird am Ende sterben. Das war der Todesbubble. Pink Panther sagt, stell dich hinten auf. Komm. Zack, zack. Stellt euch da hinten bei. Auf. Los. Jutti, Pink Panther sagt, kommt und stellt euch auf den Todesbubble. Drei Leute wieder. Suchst du ihn zufällig aus, den Todesbubble? Ja. Ganz zufällig. Also ich zeig das vorher. Die Zuschauer sehen vorher. Welcher von euch schon stirbt, das wissen sie vorher. Ne, Kartoffel? Ja. So. Pink Panther sagt, die anderen beiden stellen sich bitte hinten bei die Gruppe. So. Pink Panther sagt, die letzte Truppe bitte. Das ist der Todesbubble. Das müsste jetzt die letzte Truppe mit drei Leuten sein. Einer stirbt immer. Ne, sind nur, wir sind nur zu zweit. Okay, na gut. Dann stellt euch bitte auf die Bubbles. Auf Krieg zieht, da wurde ich erschossen. Ja. Aha. Gut. Klasse. Wäre schön jetzt, wenn das der Todesbubble wäre, ne? Weil da würde keiner sterben, aber bei Pink Panther stirbt immer einer. Ja. So, Jutti. Dann kannst du dich bitte auch da hinten bei stellen. Pink Panther sagt, stell dich auch da hinten bei. Komm. Sehr gut. Jetzt muss ich mal gucken, was haben wir denn hier? Die... Aha. Na, na. Jetzt. Okay, dann, äh, gehen wir mal. Gehen wir mal. Ja, Pink Panther sagt, kommt zu mir. Oh. Okay. Pink Panther sagt, geht's bitte hier in diesen Flur hinein. Hier, könnt ihr mal durchrücken, bitte. Ja. Dankeschön. Alter, Leute. So, willst du nicht hoffen? Ja, ihr müsst. Nehm, Geschütz. Oder Predator. So, meine Damen und Herren, jetzt geht's los. Pink Panther sagt, der Letzte, der bei mir ist, stirbt. Ich nochmal, bitte. Oh. Oh. Der Typ hat das Ding mitgenommen, Alter. Wo steht Pink Panther? Voll krass. Juti, dann machen wir das jetzt anders. Pink Panther sagt, sucht euch einen Partner. Ein, wer so will. Oh nö. Oh nö. Oh nö. Oh nö. Pink Panther sagt in Rocky. Ja. Ja, schieß mal den einen, der da doof rumsteht und keinen Partner hat. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, der läuft da, der läuft da hin. Hier in den Linken läuft er. Da läuft er. Los, hinter dem Jeep ist er. Holen wir, schnell. Spielplatz. Lauf doch. Na gut, Pink Panther sagt, schaut euch an. Pink Panther sagt, schieß. Sehr schön. Jetzt die drei Leute, die jetzt da noch stehen. Das Dreieck bilden. Guckt euren rechten Partner an. Ja. Mezu. Juti. Pink Panther sagt, Schussfreigabe. Ach, das ist Mezu. Jawoll, ja. So, das heißt, Invisible hat gewonnen. Du hast jetzt, du darfst jetzt deinen, deinen, den einen Flüchtigen hier, der hier vorne bei der Mauer steht. Jetzt ist er hinten in den Garten gelaufen. Los, lauf, hol dir den. Sonst kannst du nicht gewinnen. Hol dir. Nein, du darfst nicht schießen. Nur er darf schießen. Los, lauf. Er hat jetzt gewonnen. Invisible. Lauf mir zu. Lauf doch. Hol dir. Wo ist er denn? Im Haus. Im Haus? Ja. Da ist er. Schieß, schieß doch, schieß. Schieß. Ja, endlich. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Pink Panther sagt, der Marathon. Und wir sagen gemeinsam, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, Hallöle. Die nächste Runde beginnt. Pink Panther sagt, hinsetzen. Nach oben schauen. Jetzt winken sie mir alle zu. Auch nicht schlecht. Alles klar. So, wir machen jetzt RPG-Schießen. Das wird spaßig. Äh, mal gucken. Ein schönes Fenster. Ach, hier vorne. Genau. Prima. Kommt mal bitte hier drüben hin zu mir. Was denn jetzt? Fail. Sage ich jetzt. Genau. Ich werde dann jetzt sagen, werft mir aber bitte euren Granatwerfer zu. Und dann schießt er einfach mit... Alter. Alter. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Alter. Oh, nein. Dann schießt er einfach mit... Alter, ne? Also, du bist wirklich sehr zuvorkommend. Wir 후ẻ darum. Bis zum nächsten Mal. Allianzube. $horizk. journalist. toxicity. Die Sinnalismus. favoritesменulation. 이� замbecipieren. Sie Dos何 Ponierzu. Fertig ist gew trappedoren. daar heen. Die sinnalismus darüber. Vielen Dank.